Hallo, heute besprechen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2016-2, also dem Herbst 2016. Besprechen möchte ich die Aufgabe 2 und gegeben ist uns eine Skizze aus der Aufgabenstellung her, die folgendermaßen aussieht. Wir haben Anschlussklemme, wir haben Widerstand 1, wir haben Widerstand 2, wir haben Widerstand 3, der hier zurückläuft und hier zwischen haben wir noch einen weiteren eingebaut, der eben dann so aussieht und hier entsprechend angeschlossen ist. Die entsprechenden Bezeichnungen der Widerstände, immer darauf achten, dass man das auch richtig zuordnet. R1, R2, R3, R4 und die Größen sind uns gegeben. R1, R2, R3, R4. Jetzt nur noch richtig abschreiben. 280.